Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines, hier mit einem, wie soll man sagen, Winter-Einfall? Ja, es ist Schnee gefallen, meine Damen und Herren, wie Sie sehen können. Gerade läuft auch ein Fußballspiel. Man hatte sich in den Kommentaren gewünscht. Ich habe mir gedacht, ach komm, können wir gerne mal so machen. Wir haben nur ein ganz... Holy Shit, war das laut. Warte mal. Jetzt ist es besser. Wir haben nur ein ganz kleines Problem und zwar sind es minus 22,6 Grad draußen und wir müssen jetzt ganz dringend Geothermie-Kraftwerke bereitstellen, sonst wird das hier nichts. Ich überlege gerade noch, wo wir die am besten hin tun. Das hier muss ich auch mal aufräumen. Das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Das sollte eigentlich mal so eine Versorgungsdingens werden, aber das braucht alles so viel Platz. Das könnten wir eigentlich... Ich überlege gerade, warte mal. Wenn ich das hier mal dahin stelle, das hier mal direkt hier daneben stelle, die Straße hier rausreiße, das nur mal temporär dahin tue. Pass mal auf, jetzt kriegen wir doch hier ein bisschen Platz. So. So. Den Platz würde ich nämlich halt gerne nutzen. So. So. Gut. Und jetzt können wir hier keine Geo- und Chemie-Kraftwerke hinbauen, weil immer noch nicht genug Platz da ist. Toll. Super. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. So. Das Problem ist die produzieren nur 80 Megawatt pro Kraftwerk. Das ist jetzt nicht... die größte Menge. Und wir brauchen ein bisschen mehr. Deswegen... Äh... 120. Äh... Ähm... Ja. Ganz so klimaneutral kann man halt nicht sein. Wir müssen hier die Wärme jetzt irgendwie bereitstellen. Ist halt leider so. So. Und jetzt sind wir endlich auf der grünen Seite. Sonst würde ich gar nicht genug Energie produzieren können. So. Sehr schön. Der Strand ist irgendwie hässlich geworden. Ja. Tag-Nacht-Zyklus ist auch wieder an. Ähm... Wo kommen denn meine hohen Ausgaben her? Dann müssen wir wohl mal ein paar Programme zurückskalieren. Dann... Weiß ich auch gar nicht, warum das auf 150% steht. Seilbahnen brauchen wir gar nicht mehr so viele. Bei weitem nicht mehr. Oh Gott. Monorails. Ähm... Okay. Fähren haben wir irgendwie nur noch eine Station oder so. Züge... Busse haben wir gar keine. Straßen. Okay. Wo kommen denn die ganzen Kosten her? Ich kann mal... Ich zieh mal Bildung wieder zurück. Okay. Lass mal gucken. Dann müssen wir hier ins Plus kommen. Irgendwo gebe ich erschreckend viel aus und nehme erschreckend wenig ein. Okay. Jetzt stabilisiert es. Ja, jetzt stabilisiert es sich. Sehr gut. Okay. Sehr, sehr gut. Der Flughafen läuft auch noch. Trotz des Wetters. Die Bäume, die ich extra gepflanzt habe. Hm. Naja. Also wirklich arschkalt draußen. Okay. Gut. Das läuft alles noch. Wenn jetzt der erste Schneefall kommt, dann wird das Chaos ausbrechen. Weil wir haben noch keine Räumfahrzeuge. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich das machen soll. Naja. Mal gucken. Mal gucken. Ähm. Ja komm. Ruhe jetzt. Sehr schön. Oh. Winter. Es ist wieder soweit. Und es müsste jetzt gleich auch endlich mal die Sonne untergehen. Lang dürfte es nicht mehr dauern. Hier gehen schon die ersten Lampen an. Gucken wir gleich mal, wie die Stadt im Winter aussieht. Und zwar noch weniger Seilbahnen. Ich wollte übrigens hier noch eine Autobrücke rüber bauen. Aber ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Ich weiß nicht. Schön aussehen wird es halt schon. Wird es halt schon, ne? Hier so. Ich würde ja auch gerne eine Straßenbahn hier rüber bauen. Aber dann wird das hier viel mehr Sinn machen. Hier so. Das würde sich auch eigentlich perfekt hier anbieten. Ah. Äh. Man. Die ist so hässlich. Rieslich. Auch hieslich. Gibt es denn keine schönen Brücken? Das sind alles nur diese komischen Flachbrücken. Auch so eine Flachbrücke. Voll hässlich. Auch eine Flachbrücke. Hör mal. Bridge. Äh. Pff. Nein. Äh. Nein. Da gibt es doch hier bestimmt Two-Lane-Highway. Pff. Suspension-Pillar. Funktioniert der Mist hier überhaupt? Hör mal. Ist ja schon ganz schön frech. Ich will hier so... Das ändert nischt hier. Ne, warte. Das ändert gar nischt. Hm. Das ändert was. Huh, huh, huh. Äh. Four-Lane-Suspension-Pillar. Two-Lane-Bridge. Mh. Das kann doch nicht sein. Hör mal, ich will doch nur so... Mh. Das ändert mal wieder nischt. Railway. Keine Ahnung. Das funktioniert, aber nicht. Komm. Ich gebe auf. Jetzt sieht das hier auch noch so dumm aus. Medium. Okay, ähm. Ich muss irgendeine Brücke... Irgendwas finden, die eine schöne Brücke haben. Sonst will ich das nicht. Guck mal, wie hässlich das ist. Als ob es da nix gibt. Das wird auch kein Highway hier rüberziehen. Und auch der baut momentan... Hä? Oh Gott, was habe ich hier verändert? Oh shit. Neh, mal ernsthaft. Äh. Bin ich jetzt irgendwie doof. Ich möchte hier sowas haben. Why you not do this? Jetzt. Hä? Och nö. Jetzt mach das. Aha. Und warum machst du es hier nicht? Okay. Äh. Okay. Als sie. Warte mal. Zack. Das heißt, wenn ich jetzt ein ganz normales Strasse... Okay, da passiert nichts. Äh. Warte mal. Oh, oh, oh. Hm. Jetzt mach das. Toll. Warte. Folgendes. Jetzt wird gecheatet. Warte mal. Und dann wählen wir. Nein. Nein. Hör mal. Du, 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 du. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann ich dich denn drehen? Ich will dich nicht um den Punkt drehen. Mach doch mal. Muss ich jetzt hier jeden einzelnen Mist wieder anklicken, oder was? Genau. Pff. So. Zack. Das kommt aber relativ nah da dran. Ey. Ach, man. Manchmal ist das echt nervig mit dem Movie Tool. Mal gucken, was passiert. Weil da müssen die nicht immer raus, bis auf die Autobahn. Ah, das sind schon die Ersten. Da ist schon verdammt viel Verkehr drauf geplant. Cool. So. Und jetzt geht auch nochmal endlich die Sonne unter in diesem Spiel. Ah. Ja, kicke mal. Schön. Alte Flughafen. Die neue Autobahnbrücke. Ähm, Stadtcenter. Schön. Das ist cool. Sieht auch überhaupt nicht gut aus oder so. Nein, nein. Mit der Beleuchtung auch. Oh, das Fußballspiel ist vorbei. Schön. Cool. Alter. Alter. Ähm. Ich darf wieder mehr Sachen ausgeben. Komm, hier. Gib ihm. Was ist da passiert. Habe ich denn jetzt so viel gespart? Ja. Komm, hier. Und zack. Wow. Okay. Na gut. Achso, hier. Komm, dann machen wir auch mal den. Und den. Holy fuck. Okay. Cool. Boah, es sieht aus wie Frankfurt hier. Es ist voll geil. Richtig modernes Stadtcenter geworden. Sehr, 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 sehr cool. Der Zeiger ist auch heller geworden, habe ich das Gefühl. Und es wird trotzdem wieder nach Gewerbe gefragt. Daran sollte es jetzt ganz ehrlich aber nicht scheitern. Bis jetzt ist auch noch zum Glück kein Schnee gefallen. So, dann ziehen wir mal ein bisschen Gewerbegebiet wieder auf. Hm, das war zu weit. So. Ich werde sagen, ich habe die Musik. So. So. Sehr gut. Dann machen wir das erstmal als neues, dickes, fettes Gewerbegebiet. Die kriegen dann noch eine U-Bahn, denke ich mal. Nee, warte. Lass die äußeren Bereiche mal bitte frei. Wupp, 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 wupp. Industrie ist irgendwie gar nicht mehr auf der Nachfrageliste. Keine Ahnung warum. So. Zack. Boah, ist hier was los, ey. Jetzt bin ich übrigens wieder im Minus. Na gut, es ist mitten in der Nacht. Mal schauen, was passiert. Apropos Flughafen. Ich muss mal gucken, wo meine Eltern sind. Na. Eurowings. Abgehoben vor 55 Minuten. Hm. Pünktlich. Wo Spanien sind sie? Gut zu wissen. So. Sehr schön. Boah, wie hell es hier ist. Voll geil. Was ist das eigentlich hier hinten? Ist auch super hell. Voll geil. Ah, der ist nicht ganz so gut beleuchtet. Kann ich eigentlich, äh, Spotlight. Gib mir davon mal eins. Dieser Ort ist bereits belegt. Gehen wir mal hier. Spotlight Yellow. Okay. Äh, Light. Die gibt es doch garantiert. Garantiert. Oh, yes. Ähm, das. Aber es muss es ja auch noch als dieses Hyper-Ding geben. Die sind auch schon hell. Die sind auch schon hell. Oh, fuck. Oh, okay. Hm. Ah, Warning Signal. Holy moly. Okay. Äh. Ich finde das. Die sind auch schon verdammt hell. Warte mal. Ich vibriere. So. Auch schon hell. Ich suche das Floodlight, was sie da hinten am, am Flughafen benutzen. Was bist du denn? Okay. Man kann wieder übertreiben in diesem Spiel. Oh mein Gott. Man kann übertreiben. Holy shit. Oh. Highway Light. Aber das leuchtet nicht. Schade. Äh. Dömer. Okay. Das heißt, das sind die alle. Aber welche nutzen die denn hier hinten? Dass das so hyperhell wird. Was? Pylon Light. Okay. Äh. Geh weg. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wo ist denn der Flughafen? Da. Das sind irgendwelche Spots, die die da drunter hängen haben. Warte mal. Wir experimentieren. Oh. Oh. Approach Light System. Achso, die stehen immer hier, ne? Das haben wir aber gar nicht. Warte mal. Äh. Warum? Anarchie. Leuchtet aber nicht. Das ist ja schade. Wenn wir jetzt wenigstens geleuchtet hätten. Ähm. Warte mal. Licht. Was passiert, wenn wir das eingeben? Orange Frage meiner Flutscheinwerfer. Wo sind die das, die hier so hell sind? Muss ich auch mal ausmachen, weil... Die scheinen das zu sein. Weil guck mal. Der hat genau so ein Dingens wie der auch. Nur weil er halt... ...nach unten... ...ein Flutlicht Wandscheinwerfer. Weil er blaues Licht nach unten wirft. Dunkelblau. Ich glaub, die hier sind das. Oh. Holy shit. Ja. Und davon halt ziemlich viele. Warte mal. Wenn ich mal davon mal einen nehme... ...und manipulier den nach... Oh. Ich kann ihn gar nicht manipulieren. Klackchen. Hallo? Okay. Nee. Kann ich nicht manipulieren. Auf jeden Fall. Theoretisch müssten die das sein. Gut. Wir brauchen auch wieder mehr. Aber was ich auf jeden Fall noch machen wollte, ist... Äh. Oh shit. Straßenlaterne. Okay. Äh. Light. Wir haben ja die dicken Dinger hier. ...die auch schon richtig... ...Airport Light. Welches war das denn jetzt? Airport Light. Aber das leuchtet nicht. Die hier waren das, ne? Nee. Wir hatten noch eins, der so richtig gefeuert hat. Hallo? Nee. Ich bin dumm. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Gut. Dann nicht. Auf jeden Fall ist die Belichtungs-Engine von diesem Spiel einfach nur zu geil. Oh. Ey. Mann. So, ich weiß, in der Folge ist nicht viel passiert. Wir haben uns ein bisschen was angeguckt. Einfach nur mal. Gehört auch mal dazu. Ähm. Nein. Was willst du denn jetzt? Hör mal. Später nachfragen. Ähm. Das Bild, was ich gerade gemacht habe. Ich mache mal noch ein paar. Mache ich, glaube ich, verfügbar auf Discord. Zum Runterladen. Mal schauen. Sieht auf jeden Fall mega aus als Hintergrundbildschirm. Holy shit, ey. Wäre vielleicht was fürs Handy hochkant. Ja, ich überlege mal. Meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass du schauen bei dieser kleinen Watch-Episode. Wo wir einfach mal ein bisschen das Spiel angucken. Und, äh, ja. Wir sehen uns in der nächsten Episode, wo es mit dem großen Bauen weitergeht. Bis dann. Ciao.